Und jetzt wird mir die Marie die Stadt der Steiermärker nennen. Ich höre auf zu flähnen. Das hat mein Bruder gelernt. Wer hat Amerika entdeckt? Der Michel! Du hast hier die Kopfnässen. Ich habe keine Finger aufgehend. Wie heißt der Berg, in dem das Eisen steckt? Er hat's vergessen. Was aber jedes Kind auswendig merken muss. Wie heißt der längste Fluss der Welt? Der längste Fluss, das ist der Mistis-Siebting-Fluss.